Was? Dann willkommen zu Meetup. Unser heutiges Thema strukturierte Daten ist ein uralt Thema eigentlich, aber jetzt wird es meiner Meinung nach erst interessant mit Mobile First und was möglich ist in den Mobile Serbs und einfach digitale Assistenten, die im deutschsprachigen Raum noch absolut tot sein, aber langfristig wahnsinnig interessant sein. Und für alle, die das Bild nicht gecheckt haben, das ist wie Menschen mit Robotern kommunizieren und darum geht es eigentlich, weil nichts anderes sind strukturierte Daten. Jetzt reden wir am Anfang ein bisschen über strukturierte Daten selber, also was sind strukturierte Daten, was gibt es für Syntaxen, was gibt es für Vokabulare, was ist sinnvoll für SEO, was ist nicht sinnvoll. Dann ist wirklich interessant, nämlich welches Markup ist sinnvoll für wen, also für normale Webseiten, für Shops, für Affiliate-Seiten, für Local Businesses, welche Markups brauche ich da überhaupt. Dann zum Ende hin hilfreiche Tools, da werden wir nur kurz uns ein paar Plugins anschauen, wir werden uns die Testing-Tools anschauen und dann zum Abschluss die Key Takeaways, was ich einfach will, was es mitnimmt von dem Termin, was einfach wichtig zu wissen ist über strukturierte Daten und so weiter. Passt! Also, wie schon gesagt, strukturierte Daten sind absolut nichts Neues. Google, Bing, Yahoo und Yandex haben sich schon 2011 auf Schema fokussiert oder geeinigt, sagen wir es mal so. Sie wollten einfach einen Standard, der was übergreifend ist, wobei ihr sehen werdet, dass es noch nicht der Standard ist, wie sie den damals besprochen haben und daraus ist eben das große Schema.org entstanden. Das, was mittlerweile gigantisch ist, also es gibt unglaublich viele Entitäten, die was du anlegen kannst und ganz viele Sachen werden noch nicht einmal unterstützt von Suchmaschinen, sondern sind noch pending und kommen erst. Das heißt nicht, dass du die nicht implementieren kannst, also sowas wie Speakable, über das reden wir noch, ist, das sind für Texte, die dafür gemacht sein, gesprochen zu werden, kann man schon implementieren, kann aber noch keine Suchmaschine wirklich verwenden. Nicht einmal der Google Assistant kann das nutzen. So, wieso hat das aber jetzt wieder so eine Aktualität? Naja, weil der Desktop jetzt langsam stirbt, das heißt, was ich damit meine ist, Google interessiert sich nicht mehr so für Desktop, sondern viel mehr für Mobile und das ist auch was man sieht, wenn man sich, wir schauen uns dann nachher Mobile Ergebnisse an, im Vergleich zu Desktop, Desktop sind immer noch fast zehn blaue Links und bei Mobile ist fast kein Ergebnis mehr, wo nicht auch ein Bild dabei ist und das macht das Ganze so interessant und natürlich die Revolution, was kommen wird durch Digital Assistance. Dieses Jahr ist auch wieder bei der SMX wahnsinnig viel darüber gesprochen worden, aber meiner Meinung nach sind Digital Assistance noch überhaupt nicht. Also, ich würde nichts machen für Digital Assistance, ich würde es machen für Rankings und so weiter, weil alle reden so, bei Digital Assistance gibt es nur ein Ergebnis, stimmt, aber bis Digital Assistance so gut sind, dass man es wirklich super gut verwenden kann, sind wir noch weit weg. Ich weiß nicht, ob ihr gerade die letzte Keynote gesehen habt von Google, wo Google ja hin will oder was sie gezeigt haben, was der Google Assistant jetzt kann, ist, du kannst jetzt zum Google Assistant anscheinend sagen, hey, buche mir einen Termin für einen Friseurtermin zwischen neun und zwölf und dann ruft der Google Assistant an bei der Person und kommuniziert mit einer echten Frau und aber da sind wir noch nicht. Das ist cool, dass sie das da zeigen, aber das ist noch weit weg, dass das menschtauglich ist oder usertauglich. So, da sieht man es jetzt so schön, wie Mobile im Vergleich zu Desktop ist. Der beste Vergleich ist das, weil es ist der direkte Vergleich, wie die Suchergebnisse ausschauen. Es ist jetzt in Österreich nach Mass-Helf-Holz-Betten gesucht auf Mobile, wo sie Betten.at hat sogar ein Karussell, ein Bilderkarussell dabei, wir haben ein Local Snack Pack drin, weil ich das aus Innsbruck gesucht habe. Jeder hat zumindest ein Bild dabei, ein Breadcrumb-Snippet und auf Desktop im Vergleich kein Breadcrumb-Snippet, die Sitelinks sind auch, keine Bilder logischerweise und, und, und. Ganz wichtig, weil es mir jetzt gerade auffällt, für alle, die es nicht wissen, Google hat wieder die Meta-Description-Längen verändert, weil sie sich dachten, hey, wir haben es ja vor einem halben Jahr geändert, wir konnten jetzt wieder ändern. Was ich jetzt da empfehle übrigens, sie haben es ja, es waren ungefähr 280 bis 300 Zeichen und jetzt sind sie wieder zurück auf 60 Zeichen. Mein neuer Tipp ist, weil es ist nicht komplett, es ist nur bei den meisten Serbs so, dass du die Meta-Description jetzt nach dem Schema 150-150 oder 160-150 machst. Das heißt, du schreibst einen Snippet, der 160 Zeichen lang ist und dann schreibst du noch für Serbs, wo du mehr Platz hast, nochmal 150 Zeichen mit mehr Details. Das heißt, dann wird der kurze Snippet angezeigt, wenn es für kurz Sinn macht und der lange, wenn das ein Serb ist, wo das passt. Ja, und das ist eher ein Beispiel von Google selber, da sieht man, was halt wirklich auf Mobile abgehen kann. Ich kann Bilder haben, ich kann Ratings haben und so weiter und es schaut halt alles auf Mobile zehn mal sechs Jahre aus, also wie auf Desktop, weil Desktop ist einfach so irgendwie hingefetzt und du merkst auch, dass sie auf Desktop nicht mehr sehr, sehr viel weiterentwickeln. So, was sind strukturierte Daten? Ich habe es jetzt super einfach dargestellt, weil es ist eigentlich gar nicht so interessant, die Details zu wissen, weil ich werde es am Ende sehen. Das verwendet man, macht man entweder über einen Generator oder es ist im CMS integriert. Niemand codet heutzutage strukturierte Daten, außer er ist jetzt voll der Geek und er hat voll viel Zeit. Also, vereinfacht ausgedrückt ist es einfach, sind Daten so geordnet, dass es die Suchmaschine gut verarbeiten kann, weil jetzt müsst ihr euch überlegen, wie schwierig es ist für Google zum Beispiel so, die kurzen Antworten auszulesen, also ein Fließtext versus, ich habe es gemark-upt, das heißt, Google weiß, hey, das ist der Firmenname, das ist die Firmenbeschreibung, das ist die Firmentelefonnummer, das ist die passende Kontaktperson, der ist aus der Erteilung Sales und ich habe das alles so gemark-upt, dass die Suchmaschine das einfach direkt hat, versus sie müssen interpretieren, was unglaublich für Ressourcen natürlich kostet. Und das ist nachher auch ein Benefit von strukturierten Daten, ist einfach nicht, dass du besser rankst, sondern dass du Google hilfst und Google die dafür besser versteht und somit dir mehr Ranking-Möglichkeiten, nicht bessere Rankings, aber sie zeigen dir für mehr Ergebnisse an. Passt. Das heißt, ganz simpel erklärt, es gibt Entitäten, sowas wie ein Local Business, also ein lokales Unternehmen oder ein Rezept oder eine Bewertung und diese Entität hat gewisse Attribute, das heißt, bei einer Firma, was ist ein Attribut? Firmenname, Telefonnummer, die Bewertung dieses Unternehmens und du kannst alles, und das ist das Interessante beim Ganzen, du kannst alles ineinander nesten, das heißt, du kannst, eine Entität kann wieder Unterentitäten haben und damit kann ich alles darstellen, was ich so ziemlich will und es wird ständig weiterentwickelt. Passt. Die häufigsten Syntaxen, was man hört, die zwei strukturierte Daten sind Microdata, das ist das, was typischerweise in HTML integriert ist, JSON-LD, RDF-A und Microformats, das teilt sich auf in zwei grosse Vokabulare, Schema.org, das was man hauptsächlich für SEO verwendet, Microdata, JSON-LD und RDF-A und Microformats mit der Syntaxe Microformats ist jetzt nicht so interessant für euch, nur einfach ein bisschen, damit ihr euch auch ein bisschen Wissen vermittelt und nicht nur ein How-To. Passt. Das heißt, und das ist, wo Google eigentlich hin will, derzeit implementierst du strukturierte Daten und für viele Sachen wird nichts angezeigt werden. Also, sagen wir mal, für 80 Prozent von den Markups, die du jetzt implementierst, wird nichts Besonderes in die Serbs passieren, aber Google versteht dein Ergebnis besser. Das ist der Hauptbenefit, wieso ich das mache. Aber wo Google hin will und was sie auch in ihrer eigenen, in ihrer Developer-Doku haben, ist sowas. Das heißt, wenn du Local Business Markup hast, das nach und wenn jemand sucht nach Spanish Restaurant Innsbruck und es ist auf Mobile, dass so eine Karte auch kommt, wenn du nicht einmal an Google My Business Eintrag hast. So, dass du alles einfach Markup hast. Das heißt, es geht alles um, dass Google die leichter versteht. Jetzt, was ich dann immer wieder höre, ja, aber ich will Google nicht zu viele Daten vermitteln und so weiter, dann bist du im falschen Geschäft, weil dann ist SEO nicht dein Ding. Weil bei SEO geht es darum, dass du Google alles sagst und dann dadurch gut rankst. So, und dann kann man, sie haben schon Sachen in ihrer Developer-Doku, die gibt es in der Realität noch gar nicht, weil dann haben sie auch noch so Actions wie zum Beispiel Friseure in der Nähe oder Hair Salons im Umkreis von tralalalala und das sind alles Sachen, die was sie auslesen aus deinen Markups. Weil zum Beispiel, was du in deinen Markups zusätzlich machen kannst, ist, du kannst sagen Geodaten, sagst genau wo du bist, nicht nur hey, irgendwie so auf der Website, sondern wirklich genau wo du bist, können sie es noch viel besser interpretieren. Jetzt werden wir sagen, ja, Google My Business gibt es. Ja, aber das ist zusätzlich. Es geht alles um Datensicherheit. Das heißt, ich habe mein Google My Business Eintrag, auf meiner Webseite steht, dass es, dass ich tot bin im Fließtext, dann steht es in strukturierte Daten, dass ich tot bin, plus es steht bei Herold.at und was Google macht, es schaut sich an, hey, sind diese Daten consistent und dann ranken sie die. Und das ist das Mindset, was du bei dem allen haben musst. Je sicherer Google ist bei denen, was du lieferst, desto mehr Ranking-Potenzial hast du. Passt. Was sind die angenehmsten Sachen zu verwenden? Auf jeden Fall Microdata und JSON-LD. Microdata ist eben das, was ich schon gesagt habe, was integriert ist im HTML. Das heißt, du hast dann irgendwas auf deiner Website stehen, zum Beispiel im Footer, deinen Firmennamen und deine Adresse und deine Telefonnummer und dann kannst du dein Markup machen. Damit kannst du die verruckslisten Sachen machen, ist alles perfekt. Das Problem in der Realität ist, dass Sachen, Informationen auf der Webseite ständig geändert werden und dann die Markups zu Bruch gehen. Deswegen bin ich nicht überzeugt von denen. Es ist genau das Gleiche, wenn es die Webseite nicht ändert, ist das cool, aber sonst ist JSON-LD viel feiner, weil das ist einfach ein JavaScript-Objekt, wo das alles eingehängt wird und was im HTML-Head geladen wird. Und das ist ja etwas, wo, sagen wir mal, Laien die Bratzen davon lassen. Das heißt, die machen nicht deine schönen Markups kaputt, sondern damit habe ich gewissermaßen ein Stückchen Stabilität geschaffen mit JSON-LD. Und der Grund, wieso die meisten heutzutage aber JSON-LD noch nicht implementiert haben, ist, weil es Bing bis vor kurzem nicht unterstützt hat. Aber kurz aktuelle News, Bing unterstützt JSON-LD. Das heißt, du kannst JSON-LD verwenden und die einzigen zwei Suchmaschinen, die etwas wirklich zählen, können das interpretieren. Passt. Kurz, damit ihr es einmal gesehen habt, wie gesagt, ich will euch, das soll kein Coding-Kurs werden, vor allem, weil ich es nicht coden können müsste, weil du das einfach sowieso automatisch generierst. Das oben ist also JSON-LD, 6C, ein JavaScript und wo das alles drangehängt wird, wirks in dem Fall eben ein Organisation Markup, wo wir sagen, die URL von dieser Organisation ist so und so, der Name ist so und so und es gibt diesen Contact Point und da sieht man, das ist eine Subentität, wo eine Telefonnummer ist und dass das der Customer Service ist. Eigentlich, glaube ich, relativ trivial zum Verstehen. Dann haben wir Microdata und wie ihr seht, da habe ich einfach ganz normalen HTML-Text, den ich Kennzeichen mit Item-Type, Item-Prop und dann sage ich, was das ist. In dem Fall eine Bewertung von einem Produkt. Und dann noch das RDFA, was man aber heutzutage nur noch sehr selten sieht, ist aus meiner Sicht etwas relativ ähnliches, nur wie Microdata, eine Spur anders von der Syntax her. Passt. So, da la. Aber, jetzt habe ich extrem viel darüber geredet, was das ist, aber es wäre noch wichtig zu wissen, wieso ihr euch die Arbeit trotzdem antworten solltet. Zum einen einmal, was eh schon lange ein Thema ist bei SEO, nämlich Rich Snippets. Und Rich Snippets gibt es aller Art. Es gibt, hey, ich habe dieses Produkt noch auf Lager, der Preis von einem Produkt, eine Bewertung von einem Produkt, eine Bewertung von einem Buch, Rezept, Event, bla bla bla, alles, was ihr kennst, was es in die Suchergebnisse so geben kann. Kann auch sein, wenn ihr es nach einer Brand sucht, dass ihr nicht nur ein Ergebnis habt, sondern auch diese darunter, diese Side-Links, kann man auch alles mit dem generieren. Das heißt, was machen Rich Snippets? Sie ändern Styling, die Bilder und liefern zusätzliche Infos in den Serbs. Dann gibt es neuerdings Rich Cards. Ist genau das gleiche, nur für Mobile. Und Mobile hat einfach tausendmal mehr Möglichkeiten. Das heißt, auf Mobile geht Google so ab, wie man es immer gewünschen hat. Weil es hat ja eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob euch euch daran erinnern können, es hat Google Authorship gegeben. Da hat man sagen können, dieser Content ist von dem und dem publiziert worden. Dann ist ein Name dabei gestanden beim Ergebnis und ein Foto. Und das ist ja dann verschwunden. Aber das kommt jetzt sicher alles zurück auf Mobile. Und das ist, wieso strukturierte Daten jetzt wieder aktual sind. Dann für den Knowledge Graph. Knowledge Graph ist das, was ihr seht, wenn ihr zum Beispiel sucht nach einer großen Firma, Apple zum Beispiel, dann kriegt es auf der rechten Seite einen Knowledge Graph Eintrag zu Apple, wo dabei steht, wer ist der CEO, wie viel Umsatz machen die im Jahr, wer sind die wichtigsten Executives, bla 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 bla. Was ist für Art für Firma? Und das ist dieses Wissensnetzwerk, was Google versucht aufzubauen. Und meine strukturierten Daten verhelfen mir, dass Google sich sicherer ist zu meinen Daten. Wenn ich jetzt zum Beispiel, sogar wenn ich eine kleine Firma habe, ich mache strukturierte Daten und habe einen Wikipedia-Eintrag, dann kriege ich auch so etwas. Dann Breadcrumps, das habe ich eigentlich eh schon ganz gesagt. Genau, Breadcrump, dass die so ausschaut und nicht die URL dasteht, wie in dem Fall. So da, zack. Und alles so Spielereien kann man machen, damit man in die Serbs halt auffällt. Das heißt, unser größter Vorteil, Erweiterung von dem Serbsnippet, den was ich habe. Und Vorteil Nummer zwei, sind doch in gewisser Weise Rankings. Das heißt, es ist nicht so, ich implementiere jetzt strukturierte Daten und ich rank besser, aber es ist ein zusätzliches Relevanzsignal und für Google eine Sicherheit, dass die Daten korrekt sind. Somit rankt Google die in mehr Fällen. Du wirst nicht, wenn du jetzt für Massivholzbetten rankst und du machst ein passendes Markup, besser rankt für Massivholzbetten, aber vielleicht für Varianten von diesem Keyword kriegst du mehr Chancen zu ranken. Dann, wenn ich natürlich Rich Snippets durch meine strukturierten Daten generiere, kriege ich eine höhere Klickrate. Und wie wir mittlerweile ungefähr seit anderthalb Jahren wissen, ist die Klickrate ein megamäßiger Faktor. Das heißt, voll oft ist so, hey, die Leute pflegen ihren Title Tag und Meta Description ein, ja, da muss halt das Keyword drin sein, sonst ist es totale Scheiße, aber wir haben uns beim Content bemüht. Die Zeiten sind vorbei. Heutzutage, Title Tag, Meta Description, unglaublich wichtig, ist wie die AdWords-Anzeige für mein Content. AdWords-Anzeigen, den die Leute voll feilen. Bei Snippets machen sie es nicht, obwohl es eigentlich gleich wichtig wäre. Und in Kombination mit Rich Snippets kriege ich bessere Klickrate und somit bessere, höhere Rankings. Und das geht relativ schnell. Das heißt, wenn ich meine Klickrate erhöhe, um wirklich einen signifikanten Prozentsatz, dann geht es extrem schnell, dass mich Google nach oben durchreicht. Genau umgekehrt ist es auch so, wenn ich auf Platz 1 rank und ich habe nur 10% Klickrate, dann gibt es Ramba Zamba, dann reichen sie die durch auf Platz 9. Passt. Und zu guter Letzt, einfach Opportunities zu ranken für die Zukunft. Featured Snippets, haben wir eh schon ein paar Mal in Termine darüber geredet, einfach dass man schaut, diese kurzen, knackigen Antworten, die User zu liefern, was sind strukturierte Daten. Wenn ich da in 50 Voten eine gute Antwort liefere, das schön korrekt formatiere, kriege ich ein Featured Snippet. Und wieso ist ein Featured Snippet geil? Du rankst auf Platz 0, du rankst vor der Nummer 1 für was sind Featured Snippets. Dann eben Knowledge Cards, wie gesagt, zum Beispiel als Unternehmen, wenn du einen Wikipedia-Eintrag hast, Digital Assistance, Zukunftsmusik, jetzt brauchst du nicht optimieren für Digital Assistance. Das habe ich nur als Clickbait eingemacht, damit die Säule gekämmt. Sprachsuche, das wird relativ schnell jetzt interessant werden, weil da sieht man, dass die Entwicklung relativ rasant ist. Vor allem junge Leute sind voll oft unterwegs, dass sie schon anfangen, Sprachsuche zu verwenden. Und für die Sprachsuche ist eben Google wichtig, dass sie die richtige Antwort liefern können. Das geht leichter durch strukturierte Daten. Das heißt, mehr ist wie genug Grundstrukturierte Daten zu implementieren. Das sind ein paar Beispiele von Google, was du halt so hinzaubern kannst. Ich finde solche Sachen megamäßig, wenn ich mir denke, der User sieht schon im Vorhinein, was hat das Produkt für ein Rating, was kostet es ihn, gibt es das überhaupt gerade und so weiter. Das ist natürlich hammermäßig für einen User, nutzerfreundlicher geht es nicht. Dann für AMP gibt es auch strukturierte Daten. Das heißt, wenn du eher so Publisher-mäßig bist und Artikel publizierst, verwendest du ein Article-Markup und wenn du das gleichzeitig mit AMP implementierst, kommst du in so Top-Story-News-Karusell ein. Und ja, dann geht es ab. Dann nehmen so Beispiele noch, wie so eine Unternehmens-Card ausschauen kann. Das ist auch wieder, dass da die Social-Profiles, die offiziellen angezeigt werden, ist von dem Organisation-Markup, was ich eigentlich zwischendurch gezeigt habe, das wäre das Resultat. Da kann ich sagen, hey, diese Organisation und diese Website sind gleich wie dieses Facebook-Profil, dieser Twitter-Account etc. Das heißt, ich kann Google alles liefern und dann kriegst du mehr, sagen wir mal, Real Estate in die Suchergebnisse. So, dann fangen wir mal gemächlich an, wie wir das Ganze dann in der Realität angehen würden. Das heißt, am verbreiteten sind Microdata und JSON-ID und es kommt ein bisschen darauf an, wie ihr unterwegs seid mit eurer Webseite. Seid es solche, die was alles tausendmal umändern und dann wird der Text wieder neu umgesetzt und lalalalala. Dann würde ich eigentlich auf jeden Fall nicht Microdata empfehlen, weil Microdata macht es dann relativ schnell hin. Das ist nämlich so, wie ich arbeite. Ich ändere meine Webseite an dauernd und die Webseiten von meinen Kunden. Dann würde ich auf jeden Fall mit JSON-LD arbeiten. Was wichtig ist, JSON-LD ist zwar unabhängig vom Content, den der User sieht, aber, und ich war es zufälligerweise aus Erfahrung, wenn du Tricks anfängst, das heißt, du hast JSON-LD, hast du irgendwelche Markup-Daten, um Snippets zu kriegen, du hast aber nicht diesen Content auf der Seite, wo der User diese Informationen sieht, dann strafft die Google für das ab. Das sind dann manipulative Taktiken mit strukturierten Daten und was das Resultat ist, ist, dass hier all deine Rich-Snippets entfernen. Das heißt, du hast Bewertungen auf deiner Seite, verlässt du auf der kompletten Seite deine Bewertungen, musst in die Google Search Console gehen, also es ausbessern, dann einen Antrag auf Wiederaufnahme einschicken, dass du das behoben hast und musst halt wieder ein braver Google-User sein. Passt. Kurz, um das schon anfangs anzuschneiden, ihr habt die Codes gesehen, ganz wichtig ist, weil es da eh super Tools dazu gibt, dass es immer testet, weil es passiert schnell, dass du irgendwo Anführungsstriche vergisst oder irgend sowas und dass du alles automatisierst. In WordPress geht das voll leicht, in andere CMS muss man sich leider irgendwelche Erweiterungen kaufen und so weiter, die häufig nicht sehr gut programmiert sind. Das heißt, meine Empfehlung, verwendet es einfach WordPress. Passt. Was ist so Falschwissen über strukturierte Daten? Strukturierte Daten sind ein Ranking-Faktor? Nein, das ist ungefähr fünf- oder sechsmal mittlerweile schon dementiert worden. Sie liefern Google eben nur zusätzliche Informationen über dieses Ergebnis. Durch diese Sicherheit, wie wir jetzt eh schon zehnmal gesagt haben, kann das Ergebnis eben enhanced werden von Google und dies führt zu einer höheren Klickrate. Das heißt, es kann die Illusion haben, dass du besser rankst. Dann, man bekommt garantiert Rich Snippets, wenn man den Code richtig implementiert. Und das ist eigentlich das, was ich am öftesten hole, ist, ein Kunde implementiert den Code und erwartet sich davon voll viel, aber so ist es halt nicht. Google zeigt nur Rich Snippets eigentlich an für Seiten, denen sie halbwegs vertrauen. Das heißt, das hat entweder mit der Historie, wenn du früher voll der Sperma warst und du bist jetzt brav, kann es trotzdem sein, dass Google ist so, die versuchen immer zu tricksen und so weiter. Warten wir noch ein bisschen, bis wir uns wirklich sicher sind, dass das seriös ist. Und natürlich eine Spur mit Autorität. Das heißt typischerweise sehr neue Webseiten, die was gerade in Index kommen seien, vielleicht nur ein paar Monate alt seien. Da zeigt Google relativ ungern Rich Snippets an, einfach weil ihr euch in die Schuhe, versetzt euch in die Schuhe von Google. Google lebt davon, dass Leute immer wieder zurückkommen und immer wieder suchen. Das heißt, jedes Mal, wenn sie einen User zu einer Seite schicken, mit der er dann unzufrieden ist, bist du weniger begeistert von Google als Suchmaschine. Dementsprechend ist es für sie wahnsinnig wichtig, dass eine Seite sich gewissermaßen geprooft hat und dass Google sicher sein kann, hey, wenn wir dem Traffic schicken, dann ist alles okay, dann ist der User zufrieden. So, und dann zu guter Letzt, weil das habe ich jetzt gerade einmal auf YouTube gehört, Google ist noch nicht so schlau, dass sie keine strukturierten Daten mehr brauchen. Weil Fließtext zu interpretieren, vor allem in der Größe, wie Google das scrollen und analysieren muss, ist relativ ressourcenaufwendig und du kannst Google einfach die Arbeit leichter machen und davon profitieren. Das heißt, das spart einfach Google jede Menge Arbeit und es wird jetzt auch sehen, oder es sieht gerade, wo sich Google gerade hin entwickelt, weil die neue Google Search Console kriegt man jetzt andauernd Benachrichtigungen darüber, wenn man zum Beispiel in der Sitemap Seiten hat, die was Redirects sein oder 404s oder No Index und das alles deutet darauf hin, Google will seine Arbeit möglichst minimieren und wer soll das ausmisten? Der User oder der Webmaster selber, damit Google dann einfach hin, dann gehen sie auf die Sitemap, das sind die Seiten, die wir crawlen müssen, fertig, aus. Und das ist genau die gleiche Geschichte. Es spart damit Google Arbeit und somit ist Google natürlich auch dankbar dafür. Passt. Dann zum wirklich interessanten Teil, welche Markups für eure Webseite. Wir gehen jetzt wirklich genau die Markups durch, wieso man sie implementieren sollt, was man dadurch für Ergebnis kriegt, wo man sie implementieren sollt und dann zu guter Letzt, wie es den Code dafür generiert. Das heißt, nach dem Termin solltet ihr das selber machen können, so einfach ist es. Passt. Organisation Markup kann man, wenn man genug Autorität hat, so eine Knowledge Card davon kriegen, das heißt, das ist das Ergebnis von dem, was dann in die Suchergebnisse angezeigt wird. Also, wozu wollen wir das Markup implementieren? Es liefert Google eben zusätzliche Informationen über dein Unternehmen und wenn du eben eine starke Marke hast und eine starke Marke hast für mich, voll viele Leute suchen nach deinem Brand Name, plus du hast einen Wikipedia-Eintrag und dieses Markup, boom, kannst du so ein extrem cooles Ergebnis angezeigt kriegen. die Hilfestellung ist da, die PDF von der Präsentation ist dann übrigens unter dem YouTube-Video einfach, außer ich vergisse es, und die Platzierung von dem Markup einfach im, also je nachdem, wie es implementiert ist mit Microdata oder JSON-ID auf der Startseite. Fertig. Easy peasy, Plugins wie, ich glaube, Yoast SEO kann das sogar selber machen, aber das schauen wir uns nochmal in die Codes an. Passt, dann gibt es das Website-Markup, das hat jetzt nicht direkt Auswirkungen auf, wie dann die Serbs ausschauen, außer, dass du eine Suchbox kriegen kannst, das heißt, wenn du jetzt einen Shop hast mit sehr vielen Produkten, ist das relativ interessant und dann kriegst du, wenn jemand nach deiner Marke sucht, kriegst du bei den Sitelinks ist auch eine Searchbox dabei, wo Leute direkt auf deiner Seite suchen können, aus die Suchergebnisse. Ist auch wahnsinnig interessant für Brand-Visitors. Da eben wieder die Hilfestellung dazu, wo wird das platziert? Auf der Startseite, weil es ist wie Leute einsteigen auf deiner Brand. Dann Breadcrumbs, das haben wir jetzt eh schon ein paar Mal gehabt, einfach, dass statt da bauer.de slash wohnen slash inspiration steht, suchen sie sich wirklich die aktuelle, die echte Breadcrumb raus und zeigen die einfach statt der URL an. Wenn man jetzt zum Beispiel das richtig gesetzt hat, weil da kann man den Websitenamen angeben, dann wird da sogar stehen bauer und dann wohnen inspiration, ohne dass da jetzt htps www bla 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 steht. Ist relativ interessant, da habe ich ooooh, okay, den Teil kannst du ignorieren, weil den habe ich offensichtlich noch von der falschen Folie, dann werde ich das einfach kurz auswendig sagen, was das macht, ist einfach, dass eure Breadcrumb, die ihr hoffentlich auf der Website habt, wenn nicht, dann solltet ihr das heute noch implementieren, weil es einfach perfekt ist für interne Verlinkung, vor allem in die Tiefe rein. dann habe ich einfach das, dass nicht die URL angezeigt, sondern es wunderbar ist, plus, und das steht da nicht, weil ich es da falsch kopiert habe, Google versteht die Struktur von eurer Seite besser, was natürlich auch tippitoppi ist. Passt, und das will ich natürlich platzieren, auf jeder Unterseite. Auf der Startseite braucht es natürlich nicht implementieren, weil auf der Startseite habe ich kein Breadcrumb, aber sonst überall. Passt, dann Site Navigation Element, ich weiß nicht, ob das jeder von euch weiß, aber man kann ja mittlerweile in der Google Search Console nicht mehr die Site Links steuern, das heißt, ich kann nicht mehr sagen, hey, welche von denen werden angezeigt, wenn jemand nach meiner Brand sucht, aber ich kann sie mit strukturierten Daten steuern, und da kann ich jetzt einfach sagen, mit dem Site Navigation Element markiere ich die wichtigsten Navigationspunkte von meiner Webseite, und damit kann ich wirklich steuern, was wird bei Brand Searches als Site Link angezeigt, und das ist ganz interessant, weil zum Beispiel bei unserer Webseite, ich weiß nicht, wieso, immer wieder das passiert, dass jemand sucht nach Evergreen Media, und dann steht das Impressum als eines von den Site Links da, und das will ich natürlich vermeiden, weil es den Besucherfluss stört, beziehungsweise zerstört, und platzieren will ich das wieder auf jeder Webseite. Passt, Video Markup, und das ist so ein spannendes Thema, weil das auch auf Desktop funktioniert, wenn, manche da werden es wissen, aber wir publizieren die Videos immer auf YouTube, und dann machen wir dazu einen Artikel auf unserer Webseite, wo das Video eingebettet ist, und wenn du dann das richtige Markup verwendest, dann kann es sein, dass für diese Ergebnisse, zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe den, eins von den beliebtesten Videos, SEO für Startups, das ist sehr logisch, weil jeder gerade im Startup waren ist, und jedenfalls, wenn jemand SEO für Startups eingeben hat, dann hat diese Seite gerankt, und dazu war schon ein Thumbnail mit dem Video dabei, und das springt natürlich richtig zah heraus. Ansonsten ist es interessant auf Mobile, weil da habe ich wieder den Vorteil, plus in der Bildsuche werden ja auch Videos angezeigt, und dass Google es besser kategorisieren kann, was das Thema ist, bla 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 bla. Genau, das heißt, ich kriege mein SERP-Vorschaubild, kann auf Mobile und auf Desktop zum Glück sein, und ich habe einfach Vorteile, dass ich in der Google-Bildersuche besser rank, Hilfestellung ist wieder da, und natürlich, dieses Markup wird nicht nur implementiert auf Seiten, auf denen sich ein Video befindet, sonst könnt ihr es auch nicht implementieren, weil die Video-ORL angeben werden muss. Passt, das sind also die Markups, die ich auf jeder Seite empfehlen würde, egal was für eine Webseite ich habe, mache ich das. Dann eben für Shops, bei Shops, da geht es richtig ab, das ist von einem Kunden von uns, wie die SERPs bei dem ausschauen, und da seht ihr schon, Bildbewertung, Preisverfügbarkeit, äußerst strukturierte Daten auslesen, und wie viel cooler ist so ein Ergebnis, als wie ein grüner Titel und ein grauer Text, und der Witz ist, es ist so leicht zum implementieren, am Ende schauen wir uns einen Generator an, in zwei Minuten ist das generiert, gemeinsam, wenn du Product und Offer, das sind diese Entitäten, und du kannst da so viele Informationen bereitstellen, wie du willst, also du kannst nur sagen, hey, ich will nur die Bewertung, nur den Preis und die Verfügbarkeit, aber da gibt es nur viel mehr Informationen, was du liefern kannst, also es sind einer Vorstellungskraft keine Grenzen gesetzt, über was du Informationen über dieses Produkt auslieferst, die Frage ist nur, was kann Google anzahlen, derzeit können sie einfach nicht viel mehr anzahlen, als wir die Sachen, weil sonst der Platz ist ja doch relativ beschränkt, muss man sagen, passt, das will ich also auf Produktseiten implementieren, das Markup, und was ich jetzt bei manchen Kunden von uns gesehen habe, was sie machen ist, sie haben das auch in Übersichtsseiten, damit sie dann, und das ist der coole Hack, die Ratings auf die Übersichtsseite, auf die Kategorienseite aggregieren können, weil dann kannst du auch für Kategorienseiten ein Review Snippet kriegen, was ja eigentlich nicht den Google Richtlinien entspricht, nicht, dass ich ihnen das empfohlen hätte, also, es ist eben das mit dem Aggregate Rating, und da kannst du eben für Kategorienseiten diesen Snippet generieren, und wieso ist das so wertvoll, weil natürlich alles mit Sterne ist, dass dann die Leute voll klickgeil, und klicken sie mehr, als wie, oh, da ist ein netter Snippet, und da nicht, das schaut nett aus, Leute sind einfach wirklich wahnsinnig, wenn etwas Oranges in die Serbs drin ist, außer natürlich alle haben es, weil bei manchen Suchergebnissen hast du einfach, ja, alle 10 haben es, dann ist es vielleicht besser, wenn du gehoren hast, weil dann stichst du raus, aber da musst du einfach dann selber ein bisschen, sagen wir mal, mitdenken, ganz wichtig bei dem, weil für das bin ich schon mal angestraft worden, bei denen, das ist ein Hack, da kann es sein, dass du alle Snippets verlierst, ist nicht so tragisch, wie es klingt, weil letzten Endes, was du dann machst, du implementierst das Richtige, das heißt, du tust von den Kategorienseiten weg, machst dann ein Reconsideration Request, dann sagst du, hey, bitte, bitte, liebes Google, es tut mir so laut, was ich da gemacht habe und dann nehmen sie wieder auf und alles ist wieder gut. Wo will ich das hinklatschen? Wie gesagt, auf Kategorien und dann sollte man, je nachdem, wie viel Autorität man hat, die Seite hat jetzt relativ viel Autorität, das ist logisch, dass Anzeig wird, innerhalb von relativ kurzer Zeit und mit relativ kurzer Zeit, meine ich, Tagen, da dieser Review Snippet angezeigt werden. Passt. Dann, viel mehr gibt es für Shops, das ist eh logisch, wir haben Products, Offers und Aggregated Rating, mehr, muss man auch nicht wissen bei einem Shop. Welche Markups brauchen wir für Local Businesses, also sagen wir mal, ich bin ein Friseur, ich bin ein Handwerker, was auch immer. Da ist eigentlich nur eins relevant, nämlich Local Business und für Local Business gibt es natürlich auch Reviews, das heißt, das will ich als Subding implementieren. es liefert zusätzliche Informationen über das Unternehmen an Google, das heißt, der Trick ist, wenn du, da wird es eh einmal einen Termin darüber geben, wenn du jetzt an dein Local Business besser ranken willst, also dein lokales Unternehmen, dann ist ja immer der Schmäh, du optimierst dein Google My Business Account, das heißt, äußerst deine Informationen liefern kannst, da habe ich jetzt eh gerade ein Video darüber gemacht, dann schaust, dass auf deiner Webseite dieses Markup drauf ist und natürlich, dass auf deiner Webseite klar vermittelt wird, was du anbietest auf einzelnen Seiten, das heißt, die einzelnen Leistungen sind einzelne Unterseiten und wo du bist, ziemlich logisch. Und dann, was ist die dritte Komponente, damit sich Google sicher ist über die Informationen, sie haben Google My Business, sie haben deine Webseite und Nummer drei ist natürlich Citations, Unternehmensnennungen in wichtige Firmenverzeichnisse. Gelbe Seiten, Herald.at, Silex, Yelp, bla bla bla, was eigentlich immer auch einfällt, alles was viel Autorität hat, hilft Google, die Datensicherheit zu erhöhen. Wichtig bei Local Business zu wissen ist, Local Business gibt es als Entität, aber für die meisten Firmentypen gibt es eine Subentität und damit versteht Google natürlich besser, was ihr seid. Wenn ihr eher eine Days Bar seid oder ihr seid ein italienisches Restaurant, dann gibt es dafür eigene Subtypen, wodurch Google leichter versteht, hey, das ist ja nicht nur ein lokales Unternehmen, sondern es ist ein italienisches Restaurant. Und dann kriegt es die Vorteile, wenn jemand sucht nach, hey, ich suche ein italienisches Restaurant, was in 5G-Minuten ist oder was ein Kilometer von mir entfernt ist maximal, bla 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 bla. Da kriegt es den Vorteil, weil da könnt ihr eben euer Geolocation rein und klatschen und, 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 und. Wo wollt ihr das platzieren? Wenn ihr einen Standort habt, das heißt, es ist ein lokales Unternehmen mit einem Standort auf der Startseite, wenn ihr mehrere Standorte habt und ich würde da immer so sagen, ab 3 ungefähr, dann habt ihr eigene Standortunterseiten, wo die Adresse von dem Standort ist, die Ansprechpersonen von dem Standort, vielleicht Projekte, die an diesem Standort realisiert worden sind, was auch immer, was an gereinigt dann wird dieses Markup auf der jeweiligen, das heißt, für jede Location gibt es natürlich ein eigenes Markup, bam, wird es so umgesetzt. Passt. Zu guter Letzt, also von den unterschiedlichen Markups, was braucht man für die Sprachsuche? Gibt es leider noch nicht so viel, aber es ist ziemlich cool. Wieso ist die Sprachsuche aber überhaupt jetzt relevant? Naja, es wird extrem amplifiziert durch Mobile, weil Mobile ja gerade der crazy Trend ist und durch Android, weil Android wird ausgeliefert mit dem Google Assistant und somit werden immer mehr Leute anfangen, also ich verwende sogar einen Google Assistant und ich finde es relativ uncool zu sagen, hey, wo ist der nächste, bla bla bla. Passt. Google Assistant ist auch digitale Assistant, aber ich meine jetzt mit Google, mit echten digitalen Assistenten übrigens sowas wie Google Home oder Amazon Alexa, bla bla bla. Die sind noch sinnlos, auf die braucht es auch nicht optimieren. Langfristig, aber auch ganz interessant. Aber was euch das alles vermitteln sollte, was Google macht, ist, was Google will. Google will relativ viele Informationen schon in die Suchergebnisse anzeigen, nicht auf eurer Webseite. Kann man halten davon, was man will und es will dem User schnelle Antworten liefern. Das heißt, die schnelle Antwort für 90% der User und die in-depth Antwort für 10% der Nutzer. Und da kann man jetzt sagen, hey, ich bin gegen diesen Trend. Ich glaube aber nicht, dass man als Webmaster die Wahl hat, nicht mitzugehen. Außer, jetzt könnt ihr auf Google Traffic verzichten, aber ich bezweifle mal, dass irgendjemand so gut unterwegs ist. Wobei jeder Rechtsanwalt, jeder Steuerberater mir immer sagt, Empfehlungsmarketing ist das Ding. In der Realität sind die Rechtsanwälte und Steuerberater dominieren alles, die etwas gut ranken. Aber jedem das Seine. So, good to know, Voice Searches sind meistens lokale Natur. Das heißt, du suchst nach etwas in deiner Nähe, ist nach, ich glaube, die Umfragen 80% oder so. Und was noch wichtiger ist, die Sprachsuche ist im deutschsprachigen Raum wirklich noch in der Entwicklung. Also in Amerika verdoppelt sich andauernd und Google ist voll so, oh mein Gott, das ist voll das riesige Ding. Aber Amerikaner sind halt auch anders als wir. Also Amerikaner sind gern laut und bla 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 bla. So sind wir halt in Europa doch eher weniger, würde ich mal sagen. Das heißt, es wird länger dauern, bis das normal wird oder akzeptabel wird, dass du in der Öffentlichkeit sagst, hey, wo ist der nächste Friseur in meiner Nähe oder so etwas zu deinem Handy. Passt. Bisher gibt es eben nur das Speakable Markup, was wirklich für die Sprachsuche relevant ist. Das ist derzeit noch auf Pending und nicht Teil vom Core und somit können Suchmaschinen es meiner Meinung nach, soweit ich das jetzt gesehen habe und ausprobiert habe, noch nicht verwendet. Das heißt, du hast jetzt nicht, oh, ich habe das auf meiner Website implementiert und jetzt versteht der Google Assistant meine Website besser und sagt mir das. So läuft es leider nicht. Aber eben es dient dazu, Inhalte zu markieren, die sich eignen für schnelle Antworten, also für Digital Assistance zum Beispiel. Und aus meiner Sicht, so wie es jetzt derzeit ausschaut, ist es nur interessant langfristig für, dass du dir Definitionen von irgendwas vorlesen kannst, kann Google, aber auch ohne den. Und FAQs, für FAQs ist es echt cool, wenn ich irgendwas frage, so irgendwas, was nicht so etwas ist wie, wann hat Evergreen Media geöffnet, sondern so etwas wie, hey, was sind die Werte von Evergreen Media und dann lesen sie es vor, dafür könnte ich mir es zum Beispiel vorstellen, weil eben alles andere gibt es schon als Markup, weil, wie heißt der Geschäftsführer von Evergreen Media, da gibt es ein Markup dafür, brauche ich nicht anders, brauche ich das Speakable da nicht zu. Jetzt könnt ihr es euch mal anschauen, schaut ganz interessant aus, aber ist einfach noch nicht so weit entwickelt, aber wichtig, dass man es einfach im Kopf hat, man kann es auch schon implementieren, weil es schadet nicht, also grundsätzlich könnt ihr es generell alles bei schema.org implementieren, es macht eigentlich eine Website nicht schlecht oder irgendwas und Google nimmt sich einfach das, was es kann, weil Google kann einfach noch nicht alles und das wird auch noch eine Weile dauern. Passt, dann schauen wir uns hilfreiche Tools und WordPress Plugins an, um das Ganze zu machen, weil sonst ist es ein Albtraum, also ich würde keinen empfehlen, das manuell zu implementieren, außer er hat extrem viel Zeit und ist voll für Geldverschwendung. Passt, als erstes, das Google Structured Data Testing Tool, das ist eigentlich euer wichtigstes Tool für das Ganze, da könnt ihr einfach jetzt zum Beispiel in meinem Fall unsere Startseiten eingeben und dann sagt er dir, das sind die Markups, die was implementiert sein und dann sagt er dir hoffentlich null Fehler, null Warnungen und wie viele Elemente, außer jetzt in dem Fall Webpage, zwölf Fehler, was da wichtig ist, wenn da Fehler steht, dann wird dieses Markup einfach ignoriert, gell, das heißt, mit einem Fehler wird das Markup komplett ignoriert, das heißt, da muss alles grün sein, wenn man jetzt da auf die Tabs draufklickt, dann kriegt es Feedback dazu, was nicht passt, das heißt, mit dem und den Generatoren kann nichts falsch gehen, das heißt, es generiert es mit den Generators, was ich eigentlich dazu sage, dann gibt es eine Website ein und dann sagt er eigentlich, hey, das ist super oder hey, das ist scheiße und er kann, du siehst auch sofort, was er kann und was er nicht kann und so weiter, easy peasy, super nice, sehe ich es eh, dass wir das auch wirklich verwenden, zum Beispiel, für unsere Reviews, die wir auf der Webseite haben, das heißt, so Testimonials, haben wir zum Beispiel ein Person Markup, dann das Site Navigation Element, bezüglich um die Site Links zu steuern, Professional Service ist das Local Business Subtyp für SEO Agenturen, weil es gibt leider keine SEO Agenturen, aber das ist der Subtyp, dann haben wir den WordPress Futter, WordPress Header, ist jetzt nicht so interessant, dann haben wir eben das Website Markup, was wir besprochen haben und das Organisation Markup, das Organisation Markup verwenden wir, um zu sagen, hey, das sind unsere offiziellen Social Profiles, damit Google weiß, hey, Facebook Evergreen Media ist das gleiche wie Website Evergreen Media, YouTube Channel Evergreen Media ist das gleiche wie Twitter Evergreen Media. Passt. Dann gibt es das neue Tool oder relativ neue Tool, was ich für absolut sinnlos bisher erachte, ich zeige es Ihnen trotzdem ganz kurz, das Google Rich Media Testing Tool und was du damit machen kannst, ist, du kannst nur bestimmte Markups testen, also sowas wie Jobs oder Events oder Rezepte, was das Interessante daran ist, wenn du da dein URL eingibst, dann siehst du nicht nur Feedback zum, ob das richtig implementiert ist, sondern, und das ist das, was bei dem Fall ist, du kriegst eine Vorschau, wie der Snippet ausschaut auf Mobile und Desktop. Leider ist das Tool noch in der Beta-Version, das heißt, jetzt, außer du bist sowas wie Karriere.at oder du hast eine Rezept-Website, bla, 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 kann das Tool nichts für mich machen. Ich wollte es Ihnen nur sagen, falls jemand dabei ist, für den es interessant ist, weil du eben, du siehst dann, wie der Snippet ausschaut und kannst du natürlich ein bisschen dran feilen, dass der noch cooler ausschaut und so weiter, gleich wie du es mit einem Title-Tag oder einer Meta-Description machen würdest. Fast. Und dann, der Holy Grail, der Tools von Merkle SEO, das ist, ich glaube, eine amerikanische SEO-Agentur, die machen generell, die haben auf ihrer Seite so viele Tools, die ich euch empfehlen würde, zum Beispiel haben sie noch ein Tool, wo du deine gesamte Webseite, nicht so wie beim Google-Tool, du kannst deine ganze Webseite auf Anschlag testen, ob sie mobile-friendly ist. Nicht so, oh, die Seite ist mobile-friendly und die ist nicht, sondern sie geben dir Feedback zu all deinen Seiten, was mega praktisch ist. Auf jeden Fall, sie haben auch einen Schema-Markup-Generator in JSON-LD und da seht ihr schon Website, Breadcrumbs, Person, Organisation, Local Business, Article, Product, Event, Recipe, Job Posting, alles, was wir eigentlich heute besprochen haben, gibt es da ein, dann kriegt es ein wunderschönes Formular, wo es irgendwelche Informationen ausfüllt, er generiert euch den Code, es kopiert den Code in einer Website, fertig. Einfacher wird es nicht und die empfehlen genau noch, hey, testet es dann unbedingt die Structure mit dem Structure Data Testing Tool und das ist genau das da. Passt. Aber, was haben wir noch gesagt, Testen ist voll wichtig, aber was auch extrem wichtig ist, Automatisierung. Für andere CMS ist es jetzt ein bisschen schwierig, weil da gibt es, bei Magento gibt es die Erweiterung und bei Shopware gibt es so und so Erweiterung für Markups, deswegen quatschen wir jetzt vor allem über WordPress-Codes. Yoast SEO und die SEO Framework sind die klassischen SEO Plugins, die Leute verwenden. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von der SEO Framework. für wirklich neue Seiten, was wir machen, verwenden wir das meistens. Die haben integriert Organisation Markup und Website Markup. Das heißt, wenn ihr die zwei habt, dann habt ihr schon Website und Organisation Markup. Habt ihr schon mal. Also, da könnt ihr also irgendeine Website Namen bestimmen, irgendeine Firmen Namen, was für Social Profiles etc. Die meisten, die ich als SEO verwende, sollten das sowieso wissen, dass das kann. Und dann das Interessante ist, Markup Structured in Schema.org, das ist ein Plugin, das heißt so, ziemlich holpriger Name übrigens, kann sich was Neues überlegen. Und das kann nahezu alles, also das kann sogar noch mehr als wie Schema Markup Generator, weil da kriege ich den Code und muss ihn in meine Website implementieren. Bei dem ist das Coole, ich kann zum Beispiel sagen, hey, für all meine Blogartikel will ich das Artikel Markup verwenden. Oder für all meine Standortseiten will ich das Local Business Markup verwenden. Und so weiter. Und da kann ich einfach alles automatisieren. Plus, das zeigt mir an, hey, was brauche ich alles für ein Local Business. Geolocation, Telefonnummer, wenn ich ein italienisches Restaurant bin, kann ich noch einen Link zu meiner Karte einfügen und so weiter. Und das sind alles Sachen, die was easy peasy und ich kann keinen Fehler machen, weil das wird ja einfach bei einem WordPress-Hook eingehängt, da kann ich keinen Coding-Fehler machen. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Und für alle, was WooCommerce verwenden, gibt es, das ist leider bezahlt, ich glaube, es kostet zwischen 60 und 100 Dollar ein Schema Markup WooCommerce Plugin und das macht eigentlich alles das, was wir über Product und so weiter geredet haben, generiert das für WooCommerce und ist der Wahnsinn. Und etwas, was ich jetzt nicht auf die Folie geschrieben habe, weil ich mir das noch so überlegt habe, ob ich das beim Meetup sagen soll, aber jedenfalls für alle Affiliates, die was solche Spammy-Testseiten machen, gibt es WP Review Pro und WP Product Review Pro und da kannst du unglaublich geile Snippets generieren für deine Spammy-Review-Affiliate-Seiten. Beide Plagens kosten glaube ich so zwischen 50 und 70 Dollar und können wirklich mega messen. Also die können nicht nur die passenden, strukturierten Daten generieren, sondern sie können auch sehr schön formatierte Sachen und Vergleiche und was weiß ich, alles mit Filter, wahnsinnig cool. Du hast also nicht nur strukturierte Daten, sondern auch gleich die Funktion dazu in korrekter Implementierung von Schema.org. Und das ist ein cooler Tipp. Ich weiß jetzt, dass jetzt voll viele neue Spam-Testseiten auf die Welt kommen, aber ist es eh unvermeidlich. Passt. Dann zum Schluss kurz an die Key Takeaways, die ich will, dass ihr es mitnimmt von dem Termin. Für alles das eben vor allem für die Sprachsuche ist es wichtig, dass es auf der Webseite anfängt, einen conversational tone zu verwenden. Also einfach so, wie man mit Leuten redet versus wie man einen Text, einen Aufsatz schreibt. Weil ich sehe noch bei so viele Firmenwebseiten, so viele Shops, dass die Texte einfach scheiße sind und es wird irgendwann in die Richtung gehen, dass viel vorgelesen wird und wenn es vorgelesen wird, dann klingt geschriebener Text echt ganz fürchterlich. Plus und das ist bewiesen, conversational tone baut halt viel mehr Vertrauen und viel mehr Trust auf und dementsprechend macht es das einfach. Dann schaut euch unbedingt immer die Mobile Serbs laufend an, was es wieder für neue Features gibt. Schaut euch vor allem an, was die Konkurrenz macht und was die, wenn zum Beispiel bei dem Beispiel mit den Shops, mit den Massivholzbetten, was ich eigentlich gesagt habe, da haben wir, mein Kunde hat noch ein Bild und die anderen Betten AT, die haben so ein Karussell gehabt, dann muss ich mir denken, hey, wie kriege ich auch so ein cooles Karussell und dann muss ich mir den Quellcode anschauen, wahrscheinlich sind es irgendwelche strukturierten Daten und geht schon wieder los. Aber es ist wichtig einfach, dass man sich nicht nur immer auf Testo-Bois anschaut, sondern auch auf Mobile, weil auf Mobile sage ich eigentlich, da geht es ab. Dann, das ist extrem lustig, frag einen Digital Assistant über dein Unternehmen aus, weil das noch nicht so gut funktioniert, wie ihr glaubt, dass es funktionieren sollte. Auch der Google Assistant, der sicher der, oder was für mich der beste Assistant ist, ist da nicht besonders gut. Also, solange ihr fragt, hey, wie lautet die Telefonnummer von Evergreen Media, ja, dann ist es gut. Auch fragt es mal etwas, was nicht so super straight forward ist, dann wird es ziemlich lustig. Passt, dann liefere eben Google möglichst viele Informationen über alles, was du machst, sieh über deine Leistungen, über deine Produkte, über dein Unternehmen, vielleicht sogar die Teamseite mit Personen-Markups versehen und so weiter. Einfach, dass Google alles auslesen kann, dass vielleicht irgendwann langfristig steht dabei, wenn irgendjemand oder wenn irgendjemand fragt, wie heißt der, was sie, der Head of Content Marketing bei Evergreen Media, dass Google das beantworten kann und das soll auf jeden Fall das Ziel sein. Dann eben alles unbedingt testen, weil auch wenn es mit einem Generator macht, beim Reinkopieren kann irgendwas nicht funktionieren oder ihr habt es an die falsche Stelle reinkopiert und so weiter. und zu guter Letzt nochmal zum Thema Quick Answers verwendet, wenn ihr euren Content schreibt, ist eigentlich unabhängig von strukturierten Daten, aber das ist das, wo Google hin will und wieso sie auch Google Featured Snippets jetzt eingeführt haben ist. Schnelle Antwort für die meisten Leute und In-depth Answer, das heißt, so wie Journalisten schon seit Anbeginn der Zeit schreiben, nämlich oben steht Mann lief amok, bla 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 bla, Mann 40 lief amok, das ist in Innsbruck, und dann unten, was wirklich im Detail passiert ist und so soll euer Content aufbereitet sein. Das heißt, was heißt das, wenn ich jetzt eine Themenseite mache, wenn jemand googelt nach, sagen wir mal, irgendeine Krankheit, das heißt, er googelt nach Schlaganfall, dann will er wahrscheinlich entweder bei dem Text ganz kurz und knackig kurz erklärt haben, wie das zum Beispiel Wikipedia macht, was ist ein Schlaganfall, oder er will kurz und knackig gesagt haben, hey, diese Fragen werden von dir beantwortet und im Rest lest du die Details. Das heißt, die Lösung kann sein, ein kurzer Schnipsel oder ein Inhaltsverzeichnis, damit er weiß, hey, das ist der Inhalt und dass er gleich zum richtigen Punkt springen kann. Aber haben wir eigentlich im SEO-Textetermin schon sehr, sehr, sehr ausführlich besprochen. Und damit sage ich Dankeschön, ich hoffe, es hat euch getaucht und bis zum nächsten Mal. Applaus und bis zum nächsten Mal.